Ich fahr mal hier Obwohl, ne, 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 lieber doch nicht Ich war da über dem Parkplatz und die hochfahren aber alle 13 bis zu... ...kann Ach, voll scheiß das immer so arsch langsam wird Nervt mich so ein bisschen Aber, komm, wir haben eh gewonnen Raufgeschissen Jo, Wind Epic Wind Nein, nein, nein Du hast gewonnen Erster Platz Und dann kommen die anderen Na? Kommen die gar nicht mehr Aller kommen die Bah Den will ich aber nicht haben Ne, den will ich nicht haben Äh, jetzt guck ich mal wo die Burning Root für den Wagen ist Weil die würde ich gerne machen Ja, da ist sie So, mal gucken Jo Jetzt einfach hier nach rechts um die Kurve und auch noch Kann man gerade ausfahren Müsste passen Neben den ganzen Rennen und Straßenschlachten Gibt es in Paradise City noch eine ganze Menge anderer Dinge zu tun Och, nö Ja, Tome kam aus Stellt Rekorde auf Findet neue Abkürzungen Oder eine tolle Sprungschanze Nur wer fleißig herum experimentiert verschafft sich Vorteile Oh, 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 oh Ja, Tome kam aus Dach, da ist er Hä? WTF? Ja, ist klar wie Ja, ist klar wie Ja, ich hab' denn vorgegen die Wand geklatscht Der ist unfair Richtig Drei Okay, jetzt will ich einen Wagen haben Jetzt, ich weiß ich mal eben Auf die Burning Root Alter Ja Wow Scheiße, wie Hätten ja so schnell die Kurve gekriegt, der mich klopfte Super Ah, da ist er Da ist er, da ist er, da ist er Ne, da ist er nicht Puh, scheiße Ich verwechsel ihn mit seiner Limousine Ja, da vorne ist aber Alter Boah, wie fetter Der irritiert mich voll Ah Ja Ist klar Das war die Verfolgung sehr gerade So, jetzt, komm her Komm, 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 du kleidst gegen Hä? Guck mal und so Da regnen wir jetzt langsam auf Ah, da soll man herkommen Wo ist denn da jetzt wieder? Da, da vorne fährt er Richtig dreist, Sau, ey Na Ja Ja, da crashed ich selber Wo ist der weh Na Ja, wo ist der jetzt gespawnt Und wo ist er? Ah, da fährt er mir vorbei Oh, da klappt er fährt selber um zugegen, ey Jetzt kann ich wieder Boost tanken, ey Hey, wie lang verfolgen ich ihn jetzt schon, ey Ich will die Halle nicht mehr vorladen So, jetzt aber, ey Alter, der ist auch noch nicht weg Das ist normal Ah, super Super und ich bin weg, ne Nee, noch nicht Noch nicht ganz Wo ist der? Da, da vorne, so Ha, Ah, Schlegli Wie, 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 wie die Ich habe jetzt kein Bock Dir noch im Canyon zu fallen, geht doch Ich habe jetzt kein Bock, dir noch in den Canyon zu fallen, geht auch War ich jetzt so schwer Puh, krass, war der jetzt nervig. Okay, da, äh, äh, burning good, genau. Ist hier aber nur in der Nähe, zum Glück. So, und die jetzt zerbiegen. Nein, nein, nicht gegen die Wand. Okay, okay, los geht's. Mach dich bereit für Burning Root. Du bist hier. Heize zum Wildcats Baseball Stadium im Südosten. Bist du schnell genug, erhältst du einen Lizenzeintrag und eine Belohnung. Huh, eine Belohnung. Ich stehe auf Belohnungen. Ich muss gleich mal jeden Wagen nehmen, die schon mal in der Werkstatt, in der Werkstatt, ach, im Schrott ganz ab und den schon mal mit den Wagen Burning Root machen. Boah, ich hab so Sprachfehlt in letzter Zeit, ey, können wir da nicht glauben. Leck mich. Liegt wohl daran, dass ich sehr lange schmer aufgenommen habe. So, oh, nicht gegen die Wand. Aber ja, einfach jetzt irgendwie. Okay, die bremsen noch einfach noch. Die werden teilweise später noch schwieriger. So, du hast gewonnen. Tolle Zeit. 24,7 Sekunden. Zehn Siege noch. Und? Oh, der sieht nice aus. Auf dem Schrottplatz steht ein Hunter Vegas Carnival. Er gehört dir. Carnival. Ich stehe wohl auf Carnival. Komm. Fahre ich mal zum Schrottplatz eben. Könnte ich mal eben machen. Ah. Okay, ich springe jetzt mal, da habe ich bestimmt genug. Ja. Rise of Thrones. Oh, Mann, was los? Ich lande direkt auf dem Spaß, ne? Ja, also, ich habe drauf, ey. So, mal gucken, welchen Wagen ich jetzt nehme. Also, in der Reihenfolge eben den ersten, dann den nächsten. Wird ich mal sagen. Nö, 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 nö. Oh, da. Scheiße. Warum kommt immer dann einer, wenn ich gerade was anderes vorhabe? Ne, den hole ich mir jetzt aber. Ob ich das so wiederfinden würde. Boah, ich habe schon verloren. Ne, da war, da war. Den habe ich gesehen. Hä? Der, wo ist der? Da, da war. Hä? Was war jetzt los? Wo war der denn? Ich checke jetzt gerade gar nichts. Da, da ist er. Okay, ich habe ihn wieder gefunden. Man sieht jetzt in diesen roten Hinterlichtern. Da, dieser. Boah, weder biegt jetzt noch ab. Ja, habe ihn. Der Hunter Reliable Custom wurde zu deinem Schrottklatz geliefert. Wenn ich mal so einen Wagen einfach rumfahren sehe, den ich gerade auch suchen muss, einfach direkt drauf und klatschen. So, wenn man schon die Gelegenheit hat, den zu klatschen, dann sollte man das auch machen. Okay, aber jetzt zur Werkstatt. Jetzt habe ich aber gar keinen mehr zum Suchen. Deswegen gibt es mich auch keiner stören. No, 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 no. Oh, davon ist ja ein Spray, eine Sackiererei. Kann ich mal kurz eben vorbeifahren, aber... Das ist jetzt denke ich auch egal. Nee, komm, ist egal. Okay, wie sieht es sich gerade hier an? Grün. Ja, geht. Ist jetzt nicht der Oberhammer, aber okay. So, jetzt habe ich bestimmt... Zwei neue Wagen müsste ich haben. Vegas Carnival, also der Erste. Und... Jetzt kommt noch der andere, der... Dieser ekelhafte... Wie ist der noch mal? Nee, das ist nicht der ekelhafte. Nee, drei kriege ich dann jetzt also. Nee, drei. Also der Ketau Hydra Custom und der andere jetzt der ekelhafte dann. Ipdizer. Reliable Custom. Reliable. Äh, mal gucken, wenn ich mich jetzt als erstes nehme. Ich würde so sagen, nach der Reihenfolge. Das erster Ebene. Ähm... Das erster ist... Äh, der. Nimm jetzt den hier und macht mit dem die Burning Root. Los. Beierst muss ich schon reparieren. Muss ich eigentlich mit jedem Morgen machen. Weil die sind ja immer scheiße am Arsch. Ich kann nur, glaube ich, irgendwo einstellen, dass immer Tag ist. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, finde. Aber... Das werde ich jetzt aber nicht einstellen, dass immer Tag ist. Das ist also irgendeine Einstellung. Habe ich das auch früher mal gemacht, weil mich die Nacht genervt hat. Aber... Das werde ich jetzt aber auch lassen. Ach ja, reparieren, genau. Ähm... Ich glaube, das ist jetzt gerade Morgen, oder? Ja, ich meine, das muss jetzt morgen sein. Puh, bin ich hier drauf. Ich fahre gegen ein Parkendes Auto, er hat... Mit so einer lahm Geschwindigkeit und so. Ich habe drauf. Ich habe drauf. Ich habe drauf. Okay, war repariert. Gucken, wo ist die Burning Root. Ich musste mal ein bisschen gucken. Okay. Weiß wie ich fahre. Was eben kurz gucken, wo ist das? Und dann habe ich irgendwie schon die Route im Kopf. Ich glaube, es ist jetzt gerade Morgen, oder? Oder Abend. Puh, was weiß ich. Ich weiß nicht mehr, wo Norden hier ist. Wird auf der Map ja nicht angezeigt. Nein, 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 habe ich den Sprung davon gemacht. Ich mache den auf jetzt nochmal. Kann ja nicht schaden. Ne, habe ich nicht gemacht. So. Ah, das ist ein Crash-Kaja, scheiße. So, dann brauche ich ein bisschen Dingens hier. Ich muss crashen. Äh, das ist jetzt... Boah, ich sehe irgendwie so gute gar nichts in der Nacht, deswegen mache ich meinen Schmeißen den Tag an. Äh, ja, da unten ist es ja schon. Nö, 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 nö. Eben noch reparieren. Komm, los geht's, los, los, okay. Und wohin? Ja. Heize-Tournees im Süden. Okay. Bist du schnell genug, erhältst du einen Lizenzeintrag und eine Belohnung. Na, wähl, jahre, du. Schau, wie. Lolo, lo, lo. Snap-Gard, ne, es ist... Nein, egal. Ich habe mich jetzt wieder beschissen, indem ich mich voll falsch ge... Bin ich behindert oder so, wie, ich fahre über eine Eisenbahn, egal. Ja, BTF, wo war ich denn jetzt wieder? Ich checke gerade nicht, wo ich langfahre. Jetzt aber wieder. Ah! Kurz umsprayen. Ich, was ist denn das für eine Farbe? Mann! Was ist, der Wagen kann noch fahren? Fahr weiter, ja, okay. Boah! Boah! Jetzt lenkt der Wagen erstmal direkt eiskalt nach rechts. Jetzt ist es noch schaffbar. Das ist machbar. Äh, da, Boost. Da kann ich schon ein bisschen Boost tanken. Jo, hab's schon geschafft. Jetzt... Ja, komm, mach, schau ich. Ich hab ja noch um die 30 Sekunden. Und geschafft. Du hast gewonnen, deine Zeit, eine Minute und 19. Noch neun Siege und ich kriege es mal einen Wagen. Oh, ich bin eine Domina. Haha. Ich war in diesem Rennen eine Domina. Denn ich hab demoniert. Dominiert. So, ne, ich jetzt mal direkt den nächsten Wagen. Hab ja noch genug auf Lager, ne. Bäh. Pah, hab noch voll abgerutscht. New Wrex here. Mesquite Custom. Bah, warum immer so verschrottete Teile? Auf den Bildern sahen sie neu aus. Okay, der nächste Wagen ist der Nakamura IS-A7. Ein Tempo Car. So, jetzt, da, kommt ihr wieder mit ihren Erklärungen zum Tour-Book, äh, zu einem Tempo Car. Sag ich euch, das kommt jetzt direkt. Das heißt, ich bin schon mit dem Tempo Car gefahren. Ein Wagen wie diese, kannst du nur bei voller Anzeige boosten. Außerdem kannst du mit diesen Wagen Burnouts ausführen, indem du deinen Boost auf einmal aufbrauchst. Also, wo ist die Burning Route dafür? Ähm, scheiße, hab ich noch nicht gefunden. Ach, alter. Bäh, dann fahre ich ein bisschen die Straßenlang, vielleicht findest du ja. Scheiße. Das muss ich noch finden, ey. Maximalen Boost erreicht. Brauche ihn auf, um einen Burnout auszuführen.